super schnelle bewegung jetzt unter der world cloud ja super dynamische world cloud wahnsinns blitzfrequenz jetzt auf radar auch ein absolut eindeutiges hookecho tolle rotation super schnelle aufwärts starke rotation ja das ist ganz gut damit habe ich absolut nicht mehr gerechnet also mal mit dem schrampel irgendwie nach dem russ wie komme ich denn jetzt hier weg haben wir müssen warte mal doch absolut ist viel ja aber wir sind auch direkt drunter ja ja guck mal wie krass diese world cloud einfach noch zieht da aus dem bereich ja das ist gut also schlecht bisschen drd strukturierten outflow ja sie zieht nicht mehr so ja sie zieht nicht mehr so ja 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 ja